Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno in der Fulda Gap Kampagne. So, wir werfen mal einen Blick drauf, wie es hier aussieht. Das ist der kritische Punkt. Also wir könnten hier natürlich nochmal angreifen, dann zieht er aber andere Einheiten mit rein. Also die hier, das sind glaube ich T80er, oder? Ja. Die hier, auch nochmal T80er. Ja gut, und die hier, das sind keine T80er mehr. Zurückziehen ist schwierig, weil die Artillerie das nicht kann. Ähm, die Creamed Berets können, ja, also wir könnten natürlich die Hubschrauber nochmal angreifen. Oder wir ziehen uns mal so weit, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die Artillerie ist halt das Problem. Die kann nur noch ein Feld zurück. Die Flugabwehr geht mal dahin. Ich habe ja gesch... äh, ich speichere mal. Ich muss mal jetzt mal ein bisschen rumprobieren hier. So, Flugabwehr. Hallo, bitte dahin. So, aufstellen. So, dann die Panzer. Artillerie, dahin. Mechanized. Da hin. Wir geben ihnen jetzt quasi Schlütern. Warte mal, die gehen mal da hin. Die sind eh total am Arsch. Äh, und die gehen da hin. Und die gehen da hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft, aber... So sind wir erstmal ein bisschen kompakter und, äh... Verhindern eventuell, dass wir flankiert werden. Und, äh, Schlütern holen wir uns dann halt später wieder... Zurück. So. Hier. In die Flanke. Der Kollegen, ähm... Special Forces. Ach, das sind die Green Berets. Das waren... Ach, okay, gut. So, Hubschrauber. Warte mal, die Cavalry. Wir könnten... Wir könnten... Ja, gut, da ziehen sie ja natürlich alles rein. Oder wir schneiden sie erstmal von hinten ab. Das wäre auch eine Variante. So. Bis wohin kommen die Hubschrauber? Ah, die Cavalry kommt nur bis dahin. Ähm... Lasst mich mal... Ach, die Panzer kommen aber... Ach, verdammt mich! Also, das heißt... Wir können jetzt nur mit den Panzern hier angreifen. Was haben wir denn hier als Gegner? T55er. Okay. Und hier... Ein paar T80er noch. Okay. Gut. Wir nehmen hier die Hubschrauber mit. Okay. 22 zu 19. Er nimmt die Hubschrauber. Okay. Wir können mal... Die können auch Hubschrauber angreifen mit den Infrarot-Raketen. Das ist gut. Okay. Dann. Taktische Schlacht. Ah, okay. Gut, aber das ist insofern nicht schlimm. Weil wir dann in der nächsten Runde beim nächsten Kampf Flugzeuge rufen können. Und er, ihr habt es gesehen, ruft selber auch Flugzeuge. Wobei, das muss nichts heißen. Er hat bisher die Flugzeuge nicht so wirklich gut eingesetzt. Und dann soll er es lieber hier verballern. Oh, was ist das denn für eine Map? Und die haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt. Doch. Warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, die haben wir schon mal gespielt. In der Bruder-Krieg-Kampagne. Okay. Okay. Wir haben keine Luftunterstützung. Ach, ja. Ja, doch. Ich erinnere mich. Oh, shit. Ich erinnere mich. Und vor allen Dingen... Das wird Hub, ihn da jetzt rauszuholen. Wir räumen das, glaube ich, von einer Flanke auf. So. So. Ich bin listening, Kapitän. Ja, Kapitän. Warte mal für die Red. Wir müssen halt nur aufpassen, dass er uns nicht umgeht, ne? Das könnte schwierig werden. So, deswegen ziehen wir die mal mit hier rüber. 300 Moral hat er. WTF. Das wird spannend. Ach, wir haben unsere heiß geliebten Kiowas hier. Ach, guck mal, Aero Rifles. Yes, oh yes, ich liebe sie. Ich will mehr davon haben. Haben wir nur einen? Ach, scheiße. Haben wir nur einen von den Super- Oh! Ja, nehme ich auch. Ich hätte gedacht, wir haben noch mehr von den netten Kiowas. Ja, hier. Ja. So, aber ich hätte ganz gerne noch welche von den... Von denen. So, acht Punkte. Äh, wir ignorieren die komplette rechte Flanke erst mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wir starten mal. Schaut er jetzt im Wohngebiet oder was? Ist auch ein bisschen geil. Ach so, was ich natürlich vergessen habe. Ich bin so richtig schlau. Ich bin so richtig schlau. Ich habe natürlich einen Offizier vergessen. Oh, oh Herr, bist du schlau. Also, wir müssen schon ihm, äh... Warte mal. Da müssen wir jetzt mal... ...hiel mal opfern. Wir brauchen natürlich einen Offizier hier. Das... Also... Irgendwie müssen wir hier schon... ...Punkte erobern. Das machen wir am besten, indem wir den da rein... So, jetzt nochmal speichern und dann, ähm... KLUK nennt sich das. So, die Kaiowas sind natürlich heilig. Ja, komm, Hubschrauber. Wir ziehen uns ja erst mal zurück. So, jetzt hätte ich gerne... ...einen... ...Scout. So. Nice. So. Gut. Wir hüten nach vorne. Wir holen mehr Panzer. Sehr gut. Und der Offizier geht da rein. Ich bin ja nicht bereit, Sir. Inwiegendwo ist der... ...3 o'clock high. Okay, Sir. Recon Unit, at your orders. I've got him! Consider it done, Sir. So. Dann nehmen wir ihn raus. Waiting for instruction. I'll be there soon. So, out of ammo, sagt er. Okay. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, weil er da jetzt eine Flugabwehrstellung hat. Kommt schon. Nice. So. Jetzt können die Kaiowas wieder vor. Okay. So. Closing on them, Sir. Gonna be spotted. It's hot here. War daddy, the red leader. So. I am listening. Driving at full speed. Oh. Oh, 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 oh. Waiting for instructions. Paul ammo spent. Successful hit. Fire and maneuver. So. Sehr gut. Waiting for instructions. Da ist der Offizier. Den wollen wir raus haben. Red six. Mounted up. Full flop. Waiting for order. Open fire. Successful hit. Waiting for instruction. Komm schon. Er ist leer. Dann macht er das. Okay. What are the orders? Sehr gut. Waiting for order. Gut. I need that tail rotor checked. Yes, Captain. This is Red 2. Enemy spotted. Ich glaube, das letzte Mal sind wir sogar in den nördlichen Punkt reingepusht. Need some extra eyes, Sir. Und was wir auch machen ist Supply. Ach, können wir nicht. More daddy to Red leader. I am listening. I have something else planned for this afternoon. I have something else planned for this afternoon. Successful hit. Gonna be spotted. Consider it done, Sir. What are your orders, Sir? What are your orders, Sir? I need five. The sky is ours. I got a hit. Move, move, move. So. Good job, Gunner. Okay. Gut. Plus drei. Wir haben 13 Minuten. So, der Kaioware geht wieder vor. Wir müssen da ein bisschen spotten. Sehr gut. Sehr gut. Go back. Slow. I have nothing else planned for this afternoon. Tank ready. I got a hit. Best job I've ever had. Waiting for instruction. Damn, that was close. Successful hit. Go back. Slow. Take ready. Button up. We're engaging. Okay, sehr gut. Äh, wir brauchen die Versorger da. All on the road again. Die Bradleys. Da. Und die Scouts greifen wir auch noch an. Okay. Gut. Wir brauchen einen Offizier. Oh. Scheiße. War daddy to red leader. I'm listening. Da war ich kurz abgelenkt und dann seh ich's nicht. Yeah, it's close. Transportation Corps ready. Red 6. Mounted up. Copy, Sir. Alter, dort stehen die und die geht nicht auf. Yes, Sir. Best job I've ever had. Successful hit. Where do you need us, Sir? Good job, Gunner. Successful hit. Waiting for instructions. Tja, wir brauchen jetzt die normalen Scouts hier. Ich höre dich laut und klar. Watch out for the red. Okay. The captain and his crew welcome you aboard. Die hat keine Munition mehr. At your orders. Roger, search and destroy. Enemy at 3 o'clock high. Halloa. So, Abrams. Someone need a guardian angel? Und wir brauchen halt Offiziere, hab ich gesagt. Da ist einer. Yes, Sir. Enemy at 3 o'clock high. Copy. Checklist completed. Ready to go. Irgendwo war noch ne Flugabwehr. Die haben wir noch nicht gesehen. Da. Neun Minuten haben wir noch. So, Offizier kommt ran. Tank ready. Hunting for Connie's. Okay. Wardaddy, the red leader. I am listening. Good job, Gunner. Someone need a guardian angel? So, weil die hier aufkriegen. Roger. Waiting for instructions. Verdammt. Ich krieg die durch den Hubschraub noch nicht mal auf. Okay. Nein. Ihr seid weiter. Okay. Ikla. Offizier. Da steht ne Puck höchstwahrscheinlich Ne ne Fagott Das sind Zwei Sprit 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 So wo ist der Kaio war Nice Scheiße Zwei mal den gleichen Fehler zu machen ist aber auch ätzend ey Oh Herr Und das war wieder so ein guter Verdammt Scheißen Dreck ey Und vor allem die scheiß Igler Ätzend Super ätzend Das ärgert mich jetzt schon sehr muss ich zugeben Weil das natürlich Miss ich hab den Truck für ihn verkauft Den Jeep Sonst hätten wir ihn jetzt hier oben reinführen können Hä lustig wie hier die Anzeige spinnt So So der fliegt zurück Oh der kriegt auch Das ist wirklich Also zwei Kaio war Superschlecht gespielt Oh Herr Superschlecht Wow Ich weiß jetzt die Ich weiß jetzt die Ja Вот Ich weiß Ich bin Wir haben Wir sind Wir sind Wir sind Ich bin Der Wir sind Das ist Wir sind Wir sind Nein, er fokust natürlich den Offizier, weil ich ihn... Ja, okay, jetzt wird's, äh, jetzt wird's assi hier. Weil der nächste Offizier ist... Uff, Gott. Super scheiße gemacht. Also da waren jetzt ein paar Fehler dabei, die kotzen mich gerade richtig an, muss ich zugeben. Weil das uns halt jetzt... Ja, genau! Er schießt durch den Wald durch! Ich habe ihn! Watch out for the red! Ich höre you loud und klar. Stand to be at 3 o'clock high. Yes, sir. Time for Connors. Waiting for instructions. Komm, gib Gas. Wir brauchen jetzt den Offizier da. Ich höre you loud und klar. Good job, Gunner. I've got him! Damn, that's close! Weiter. I am listening, Captain. Take ready. Closing on them, sir! This is Red 2. Enemy spotted. Engage, on site! Good job, Gunner! Warrant adding to Red Leader. Unlisten. Good job, Gunner! Okay. So, noch drei Minuten. Hier sitzt irgendwo noch eine ATGM. Was macht er denn? Oh Gott. Ja, er macht Blödsinn. Er macht kompletten Blödsinn jetzt hier. Good job, Gunner. I hear you loud and clear. Enemy at 3 o'clock high. So, das Problem ist, dass er jetzt wieder... Okay, das ist natürlich scheiße, was er hier macht. Ähm... Irgendwo ist noch ein Offizier hier. Da habe ich mich wieder verdrückt. Okay, mehr Führung. Okay. Video check, Red 1-6. Oh! Okay. Someone need a Guardian Angel? It's hot here! Yes, sir. Glad to see somebody knows where we're going. Warrant adding to Red Leader. I'm listening. Enemy at 3 o'clock high. Ready, sir. Good job, Gunner. Okay. Where do you need us, sir? Fall back. So, dann lasst mich mal... Enemy at 3 o'clock high. Geil, der Hubschrauber war direkt leer gesagt. We're waiting. Roger, search and destroy. Yes, Captain. Enemy at 3 o'clock high. Waiting for instructions. Kein Sprit mehr, ey. Okay. Oi, 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 oi. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir das hier wieder... ...klar kriegen, ne? Oh, scheiße. Nein. Hier war doch irgendwo so ein blödes... ...BMP. Okay. So, nehmt die da raus. Okay, der geht raus. Sehr gut. I'm listening, Captain. Good job, Gunner. Enemy at 3 o'clock high. Let's roll. Tja, da ist ne Art Hilarie. Wartet mal. Oh, scheiße. Ähm, Cobra. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da... Oh, shit. Oh, shit. Lass mich mal kurz überlegen. Der Hubschrauber da ist natürlich kacke für uns. Wo ist unsere Pirates? Hatten wir die hier nicht noch... Ah, hier. So, der landet. Bitte erst mal auf das BMP. Damn, das ist close. I need that tailrotter checked. Der landet. Mein Freund. So, da opfern wir jetzt höchstwahrscheinlich einen, der Hubschrauber dabei. Oh, die treffen das BMP nicht. Komm schon. Haha. Ja, er nimmt mir den als erstes. Na? Auge im Auge? Ja, okay, aber er ist raus. Das ist schon mal wichtig. Gut, haben wir beide verloren. Scheiß drauf. Der hat immer noch keinen Sprit hier. Ach, der hat keine Munition mehr. Uh, die kommen von da drüben jetzt. Der Sky ist ours. Wir müssen uns spazieren. War Daddy zu Red Leader. Ich bin listening. Halt! So. Wir stehen hier recht praktisch, würde ich sagen. Wir sind hier recht praktisch, würde ich sagen. All back. Warten für Instruktion. Was sind deine Urte, Herr? At your Urte. So, wir müssen mal... I need that tail rotor check. Hit! Okay. Red 6, mount it up. Good job, Gunner. Move, but watch our flanks. I hear you loud and clear. Yes, Captain. Yes, Captain. It is fine. Copy, Sir. Oh, fast leer. Shit. Successful hit. I'm listening, Captain. So. Moving out. Yes, Sir. Move, but watch our flanks. More Daddy to Red Leader. I am listening. Ah, guck mal. Red 6, mount it up. Der hat aber noch keinen Sprit. Was ist das denn? Enemy at 3 o'clock high. Roger. Someone need a guardian angel? Engine is running. We're waiting. Good job, Gunner. Reverse. But keep facing the enemy. Someone calling for a cab? Enemy spotted. Moving out. Ready, Sir. Go into anything that moves. Let's go. Quickly. Hey, krass. Wie die sich... Was? Die Pivots sind doch mal einfach easy going so raus. Okay, spannend. Das ist natürlich scheiße. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hab ich noch? Ja, hier. Oh, der hoopschrauber wird eklig. Ja, hoopschrauber wird eklig. Nice. Jetzt immer weil er zurückzieht, obwohl er keinen Sprit mehr hat. Das finde ich spannend. Es ist heiß hier. So. Enemy at 3 o'clock high. Yes, Sir. Roger. Out of ammo. Komm, wo bleiben die? Oh, sind die langsam. Oh nein, nicht schon wieder so ein AA-Hubschrauber. Ich hasse ihn. Oh, fuck. Fuck. The captain and his crew welcome you aboard. I think I've been hit. At your orders, captain. Roger. Okay, fassen wir zusammen. Diese AAs sind übelst scheiße. Sargent Highway is hit. Waiting for instruction. All back. Was? Okay, da steht noch irgendwo eine Flugabwehr. Ich kriege eine Macke. Assi, kacke, riesen Mist. Das ist so albern, weil. Jetzt kommt er tatsächlich schon mit seiner Bob-Kanone. Und nimmt mir den Supply-Hubschrauber raus. Du Assi, ey. Das geschieht dir recht. Und der hat immer noch keinen Sprit. Ach komm, jetzt kommt die Artillerie wieder. Leck mich doch am Arsch, ey. Herzlichen Glückwunsch. Er kriegt den Hubschrauber halt trotzdem noch. Kannst du dir nicht dummer ausdenken, ey. Na, er fährt ohne Sprit weiter. Das ist doch spannend. Oh, nein. Oh, nein. Yes, sir. Everyone out. Assault formation. On me. What are your orders, sir? I hear you loud and clear. Ready, sir. Wilco, out. War daddy to red leader. I'm listening. Choose your targets. Enemy at three o'clock high. Da ist jetzt genau der Wald im Weg. Ich krieg ne Ausraster, ey. Ich krieg ne Ausraster, ey. Jetzt mach ich weg. Enemy at three o'clock high. Danke. Red six. Mounted up. Roger. Red six. Mounted up. Sir. On the road again. Brace yourself. We're flying in. Looking for enemy planes. Was war das? Angriff. BMPs. Run. Willco, out. At your orders. Na los, feuer frei. Successful hit. Okay, sir. Radio check. Red one six. Over. Moontruck. Good job, Gunner. Be careful. Enemies nearby. Roger. Good job, Gunner. Ach so, weil er immer noch in der Trübe mit... Nein, leck mich. Ja gut, der geht jetzt endgültig raus. Ich find's spannend, dass ich immer noch bewegen kann, obwohl er keinen Sprit mehr hat. Red leader. I'm listening. This is Red two. Enemy spotted. Good job, Gunner. War daddy to Red leader. I am listening. Orders are the suit on site. Let's fly. Red is a spot. Neuer Versuch. Enemy at three o'clock high. Move, but watch our Flames. Ihn da wieder zum Leben zu erwecken. I hear you loud and clear. Consider it good, sir. Perfekt. So, 125 Punkte hat er noch. I hear you loud and clear. Good job, Gunner. Be careful. Enemies nearby. It's hard here. Good job, Gunner. Dass er seine Infanterie nicht auslädt, verstehe ich nicht. Ich traue mich mittlerweile gar nicht mehr hier. Die BM... Äh, die... Bradley's da zu bewegen. So, wollen wir mal gucken, ob wir... Ob wir seine Artillerie finden oder hat er sie zurückgezogen? Na... Da ist die Artillerie. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Hä? Da steht hier auch noch einer. Was ist das denn? Oder hat er den jetzt irgendwie wegteleportiert? Äh... Ja. Oh Gott, da ist der nächste Hubschrauber. Oh Gott, da ist der nächste Hubschrauber. Ich habe ihn. Aha, vorbei. Tja, das ist dumm, wenn man sich so nah ranwagt. Okay. Ich habe ihn. Das ist sein Ende. Yes! Fünf Punkte. Sehr gut. So. Haben wir noch Versorger? Ja, haben wir noch. Gut. Plus, ja, 100 Punkte hat er noch. Das wäre natürlich geil, wenn wir ihm jetzt noch ein bisschen was kaputt machen. Es ist hart hier. Es ist hart hier. Oh, noch ein BMP. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Hallo. So, da ist noch ein BMP. Da ist noch eine Artillerie. Da ist noch ein Hubschrauber. So, dann Richtung Artillerie. Die Hubschrauber sind echt wertvoll für ihn, weil die teuer sind. Also, gucken wir mal, dass wir an den rankommen. Oh, shit. Ja, komm. Da müssen wir jetzt ran. Das ist dann mit unserem Bordmaschinenkanon da. Kommt schon. Der ist halt ziemlich dämlich, aber... So. Hallo. Da ist doch noch ein bisschen Party. Hä? Oh, scheiße. Die haben keinen Nebelwerfer. Puh, das war knapp. Gut. Wir versuchen die mal mit den restlichen hier aufzufrischen. Da sitzt noch irgendwo was im Wald. Achso, der Hubschrauber lebt ja noch. Oh, lol. Der ist... Boah, der gelandet? WTF. Äh, und da geht ein Abrams raus. Ja, das Gebäude gibt da... So, in einer Minute ist es durch. Alter, wie die... Der Bradley einfach nichts macht durch das Gebäude. Und jetzt ist es zu? Erzähl mir noch nichts, ey. So. Auch leer. Geht die nochmal auf? Na los, komm schon. Ach, du liebes Bisschen. Ja, okay. Der Nächste, der weg ist. We'll find them and then we'll kill them. 15 Sekunden. Die Verluste der Hubschrauber tun ein bisschen weh. Vor allem die beiden Kiowas. Da ärgere ich mich selbst am meisten drüber. Oh, hallo. Tschüss. Alter! Ja, okay. Was soll ich sagen? Der Abrams war nun wirklich... Äh, Gott. Scheiße. Gut. Haben wir es wenigstens vernichtet? Ne, haben wir nicht. Wir haben es ja nur auf desorganisiert geschossen. So, er hat aber... Davon nichts mehr. Er hat noch... Ach, er hat noch von den AAs. Er hat noch richtig viele von den AAs. Okay, die sind wirklich ekelhaft, diese AA-Hubschrauber. Ähm, gut. Ja, was soll ich sagen? Es waren jetzt mehr Verluste, als ich es mir erhofft hatte. Aber... Ich hatte gedacht, wirklich, wir nehmen die raus. So, komplett. Ohne, dass wir jetzt hier noch groß irgendwie was machen müssen. Aber anscheinend hat das nicht funktioniert. Da müssen wir beim nächsten Mal nochmal ran. Beziehungsweise... Müssen wir uns dann mal um Altsfeld kümmern. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Kirtano, Karbein, Heimdar, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.